So, es ist Freitagabend halb acht. Wir sind hier in Möncklu und zwar anlässlich der Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein 2014 im 3D-Schießen. Wir sind auf dem Einschießplatz und während die anderen noch genüsslich Pizza futtern, dachte ich, bereite ich mich schon mal ein bisschen vor. Zwar habe ich morgen immer noch die Gelegenheit, aber da ich schon mal früh genug da bin, warum schieße ich nicht? Wir werden dann in eine hoffentlich entspannte und ruhige Nacht starten und hoffen, dass es morgen trocken bleibt. Morgen werden das ganze Turnier los. Dann kommen hier bis zu 160 Leute, so viele haben sich gemeldet. Das wird das größte Turnier hier aus Schleswig-Holstein und ich bin da eigentlich ganz stolz drauf, dass mein Verein das so ausgerichtet hat. Ich glaube, jetzt höre ich mal aufzureden, fangen ein bisschen an zu schießen und wir sehen uns am Morgen.